Ja, grüßchen! Ich sage mein Danke an den Brombo und an die Landung Thailand für die Nominierung. Das wird wahrscheinlich nichts, dann darf ich euch herzlich einsetzen zu unserem Söndl-Burg nächstes Frontladerspringen. Und der Nitte hätte gerne ein paar Worte zu einer Begrüßung auch. Ja, ich sage auch mal Servus und Grüß euch. Wir begrüßen als nächstes bei unserer sexy Jury da. Ja, und dann starten wir auch schon mit Solospringen her. Auf geht's Burschen! Los geht's! Ja, jetzt sind wir an ganz interessanten Gartenarten. Zum Beispiel Buren von der Leinbacher Karren. Ja, der steht jetzt da oben, der schaut mit dem Motiv aus. Ja, ein Morterfuchs, ein Morterfuchs ist der Buren. Darum lassen wir ihn jetzt runter springen und das Ergebnis anfangen. Das war eine prima Leistung! Also meine Top-Favoriten möchte ich heute ankündigen. Das ist der Leinbacher Thomas. Er ist ein super, besser Typ. Er ist übrigens noch Säge. 12 Fahrzeugen, also Zagzatele. Der leint seit der Leinbacher kommt. Wuhh! 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 Treffer, als letztes kommt der Durchschluss. Ich möchte ein neues Jurymitglied vorstellen neben mir, der Landjugendhans. Den alten haben wir ausgetauscht. Der hat nicht einmal 6 oder 5 unterscheiden können. Der Schöner war auch nicht. Und der Hans, ich fand es, er ist nicht so schlecht. Ich meine, Peschapur ist wahrer. Was willst du mehr? Ja, den nehmen wir jetzt anstatt offen da. Und das passt. Ja, grüß euch, dass ihr mich genommen habt. Freut mich, dass ich da schon kauf. Kannst dich deinen lieben Raini ankündigen. Er sprengt einen 5-fachen Backflip. Bitteschön. Ja, da kann der Teufel, der Hans, der kann zeigen, dass das was sage. Wenn du nicht mehr gut hast, dann darf ich es auch. Jetzt kommen wir da. Papa! 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 Das war doch mega scheiße! DRAG! Joa, nächste Kampf zur Feiner. Das ist jetzt vom Auftrieb vom Drack der Fuhr. Wir haben unter den Masken auf. Das will man ja auch sehen. Und joa, die Stage ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben heute noch keine Chance. Wir sind die nächste Chance. Wir haben heute noch einen Fahrrad. Wir haben heute noch eine Chance. Wir haben heute noch ein paar Jahre. Wir haben die Cold-Water-Challenge erfolgreich gemeistert, wie man sieht, ich hoffe euch hat es allen gefallen. Und weiter nominieren wir die Landjugend St. Quartan, die Landjugend Stefan Hart und die Landjugend Neuhofen. Also wenn ihr das nicht schafft, dass in 48 Stunden eine Cold-Water-Challenge zu machen, dann kriegen wir von euch eine Krüllerei und eine Bufka-Fanbung. Wir freuen uns schon! Danke! ARD Text im Auftrag von Funk